Und damit also willkommen zu diesem kleinen Infovideo bezüglich meines Zweitkanals, für den ich gerade so ein bisschen Werbung machen möchte. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber nachdem ich wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viele Leute angeschrieben habe und gemeinte, Mensch Lappen, kannst du auch mal was anderes spielen als nur FIFA und FM und sonstige Fußballspiele? Hab ich mir jetzt gedacht, Mensch, ich nehm's mir raus, mach jetzt dieses Video schnell, damit da einige von euch vielleicht ein bisschen besser Bescheid wissen. Und zwar seht ihr jetzt im Hintergrund ein paar Clips, ein paar Videoaufnahmen aus meinem anderen oder von meinem anderen Kanal. Momentan wird eigentlich dort nur, ja, Minecraft gespielt, eben Survival-Modus, sprich wir bauen uns unsere Butze. Ich quatsche über die ein oder anderen Themen momentan, wie geht's mit YouTube weiter, ähm, wie bin ich zu YouTube gekommen, meine Kindheit, meine Schule, alles mögliche. Also ich denke, relativ interessante Informationen für alle, die vielleicht noch nicht so viel über mich wissen. Könnt ihr auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen, ähm, bin auch momentan eigentlich drauf und dran mit The Walking Dead weiterzumachen. Problem ist einfach nur, wir sind mittlerweile am Ende angelangt, also die Episode 3 der zweiten Staffel muss erst von Telltale Games veröffentlicht werden, damit wir da weitermachen können. Sprich, da wird's demnächst auch weitergehen. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Also nix Großartiges, ist auch lang nicht so viel Aufwand wie für den Fußballkanal momentan. Ich hab mir so einen kleinen Plan gemacht, sind's, ähm, von Minecraft fünf Folgen die Woche bis auf Mittwoch und Freitag, wo da wirklich täglich um 14.30 Uhr eine Folge rauskommt. Wie gesagt, ich quatsche über ein paar Themen, wir bauen nebenbei ein bisschen was. Das ist, denke ich, ein ganz chilliges Let's Play. Okay, und von dem her würde ich mich da auch freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, könnt ihr rüberklicken. Link ist wahrscheinlich auch noch in der Videobeschreibung, vielleicht auch jetzt hier irgendwo im Bild, wo ihr draufklicken könnt, letztendlich den anderen Kanal abonnieren könnt. Und dann verpasst ihr nix und erhaltet natürlich die volle schlappsche Power. Und damit, ja, würde ich fast sagen, war's das jetzt schon mit diesem kleinen Infovideo. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, guckt rüber. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da noch einige den Make rüberfinden würden zu Kanal Nr. 2 von mir, von eurem Schlappen. Und von dem her würde ich sagen, war's das, ne? Genießt den Tag, habt viel Spaß bei der Sonne, die momentan hier am Scheinen ist. Und damit sehen wir uns demnächst wieder entweder drüben bei Badeschlappenzockt oder eben hier bei Badeschlappenfußball. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!